Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hain. Schön, dass du da wirst. Vielleicht bist du in der Situation, dass du von bestimmten Menschen immer wieder getriggert wirst oder du mit deinem Verhalten andere triggerst. Dein Partner reagiert zum Beispiel übertrieben aggressiv, wenn du ihn einfach nur auf etwas hinweisen möchtest. Oder er nervt dich mit seiner Faulheit oder Unordnung. Deine Bekannte nervt dich mit ihrer Besserwisserei oder du kannst es zum Beispiel nicht ertragen, dass dich deine beste Freundin immer so in den Mittelpunkt stellen muss. In dieser Podcast-Folge erfährst du, worauf dich gerade diese herausfordernden Situationen mit den anderen Menschen aufmerksam machen möchten und wie du diese Erfahrungen positiv für dich nutzen kannst, sodass du auch deine Beziehungen entspannter, tiefer und näher erleben kannst. Also mach es dir gemütlich und lehn dich zurück. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Was ist überhaupt ein Trigger? Ein Trigger ist wie eine Nadel, die in eine Wunde sticht und damit verknüpfte Emotionen in dir aktiviert. Dies geschieht, wenn wir zum Beispiel alte traumatische Erlebnisse, die uns geschehen sind, nie richtig verarbeitet und geheilt haben und uns den Ängsten, die uns schützen möchten, so etwas nochmal zu erleben, noch nicht gestellt haben. Wenn wir getriggert werden, dann reagiert unser Körper zuerst, bevor wir überhaupt mit dem Verstand darüber nachdenken können. Dann switcht unser Körper ganz automatisch in den Überlebensmodus. Die Angst übernimmt sozusagen die Führung und wir reagieren impulsiv, indem wir angreifen, flüchten oder uns einfrieren und werden mit Emotionen wie zum Beispiel Machtlosigkeit, Verzweiflung oder Hilflosigkeit konfrontiert. Ein Beispiel für einen Trigger ist zum Beispiel, wir machen einen Fehler und jemand macht uns darauf aufmerksam und wir geraten aufgrund, dass jemand einen Fehler von uns entdeckt hat, in einen Angstzustand. Und dies löst zusätzliche Emotionen aus, wie dass wir uns unfähig fühlen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, nicht sicher in uns fühlen. Selbstzweifel kommen hoch. Also für Menschen, die von diesem Trigger nicht betroffen sind, ist es ja gar nicht so schlimm, einen Fehler zu machen. Denn Fehler sind ja auch menschlich. Fehler passieren nun mal. Aber jemand, der von diesem Trigger betroffen ist, der empfindet es, einen Fehler zu machen, als eine Gefahr. Der ganze Körper reagiert darauf so, als wäre er in Lebensgefahr. Also das, was das mit uns macht, hat eben etwas damit zu tun, was wir selbst erlebt haben, als uns einmal ein Fehler in unserer Kindheit passiert ist. Oder was wir bei anderen gesehen haben, was passieren kann, wenn jemand einen Fehler macht. Und das hat uns damals so schockiert. Es hat uns damals so Angst gemacht, dass sich das in unserem Körperbewusstsein und in unserem emotionalen Gedächtnis eingespeichert hat. Und wenn wir in diesem Moment aber nicht gelernt haben, dass Fehler eigentlich gar nicht schlimm sind, sondern wenn wir in diesem Bewusstsein weitergelebt haben, dass es etwas Schlimmes ist, einen Fehler zu machen, dass uns etwas passieren kann, wenn wir einen Fehler machen, dann werden wir im Laufe des Lebens immer wieder damit konfrontiert werden. Weil das dann eben etwas ist, was in uns eingespeichert ist. Und das bleibt so lange in uns eingespeichert, bis wir es lösen. Ein weiteres Beispiel für einen Trigger ist zum Beispiel, wenn unser Freund mit Freunden in den Urlaub fährt und dies unsere Verlustängste in uns triggert. Und zum Beispiel Emotionen wie, dass wir uns ausgeschlossen fühlen, dass wir uns nicht geliebt fühlen, in uns hochkommen. Also da ist es ja auch wieder so, dass es in Wahrheit ja überhaupt nicht Schlimmes ist, wenn unser Freund mit seinen Freunden in den Urlaub fährt. Und er macht das bestimmt nicht, um uns auszuschließen oder weil er uns nicht liebt, sondern das sind die Empfindungen, die dann in uns hochkommen, weil wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, dass wir als kleines Kind einmal verlassen oder ausgeschlossen worden sind. Und die Reaktion von unserem Körper, die Ängste und die Emotionen kommen dann über diesen Trigger immer wieder in uns hoch, weil das in unserem Körper so eingespeichert ist. Unser Körper hat diese Erfahrung, die er damals gemacht hat, in sich eingespeichert, damit die Angst, wenn wir nochmal in so eine Situation geraten, uns schon mal darauf hinweist, dass wir entsprechend reagieren können. Also dieser Zustand, der nach einem Trigger in uns abläuft, passiert ja nicht, weil irgendetwas von uns gegen uns ist, weil uns unsere Angst das Leben schwer machen möchte, sondern das ist eine Schutzfunktion von unserem Körper. Unsere Angst ist immer dazu da, uns zu warnen, dass wir eine Erfahrung, die uns verletzt hat, nicht nochmal machen müssen. Also unser Körper übernimmt dann die Führung und die Reaktionen, die aufgrund von Ängsten in uns geschehen, sind Körperreaktionen. Und das heißt, wir werden vielleicht impulsiv versuchen, unserem Freund davon abzuhalten, in den Urlaub zu fahren, dass wir nicht mehr die Erfahrung machen müssen, ausgeschlossen zu werden. Oder wir werden die Beziehung zu unserem Freund beenden, weil wir das nicht nochmal erleben möchten, ausgeschlossen zu werden. Also diese Reaktionen, die ja dann in den meisten Fällen, wenn wir uns in einem Überlebensmodus befinden, auch wieder andere verletzen. Denn unser Freund fühlt sich ja dann verletzt, wenn wir ihm vorwerfen, dass er uns ausschließt, weil er mit seinen Freunden in den Urlaub fährt. Diese Reaktionen macht der Körper automatisch, solange uns das nicht bewusst ist. So schnell können wir gar nicht nachdenken. Der Körper reagiert in diesen Momenten einfach, weil er sich in einem Angstzustand befindet. Ändern können wir das Ganze nur, wenn wir uns die Sache jetzt erstmal bewusst machen, was da alles abläuft. Und das haben wir ja jetzt gerade gemacht. Also das ist ja der Alltag von vielen Menschen. Ich war selber früher auch in der Situation, dass mich unglaublich viel getriggert hat. Und solange mir das aber nicht bewusst war, konnte ich das nicht verändern. Aber wenn uns das mal bewusst ist, dass diese ganzen Situationen, wenn wir in den Überlebensmodus geraten, etwas mit diesen alten Verletzungen zu tun hat und unser Körper immer noch so darauf reagiert, als wären wir in Lebensgefahr, dann können wir das Schritt für Schritt verändern. Um die Wunde, die ja eigentlich der Ursprung ist, warum wir überhaupt getriggert werden, in uns heilen zu können, müssen wir nicht das Ursprungserlebnis kennen oder uns noch einmal damit befassen. Sondern alles, was es braucht, um einen alten Schmerz in uns zu heilen, ist Liebe und Mitgefühl gegenüber uns selbst mit unserem Schmerz. Also in den Momenten, in denen der Trigger in uns ausgelöst wird, unser Verhalten zu unterbrechen, uns am besten zurückzuziehen und da in die Selbstheilung zu gehen, indem wir uns selber Liebe und Mitgefühl für das, was da in uns passiert, entgegenbringen. Und wenn wir uns selbst immer mehr lieben können, so wie wir sind, mit all unseren Verletzungen und Unvollkommenheiten, mit all unseren Gefühlen und Ängsten, dann verlieren genau diese alten Verletzungen, unsere Unvollkommenheiten, unsere Emotionen und Ängste, ihre Macht über uns. Und wir fühlen uns diesen nicht mehr ausgeliefert, sondern sicher in uns und unserer Existenz. Und je sicherer wir uns in uns selbst fühlen mit allem, was wir sind, desto weniger muss unser Körper dann in den Überlebensmodus switchen. Und auf diesem Weg der Selbstheilung können wir natürlich auch viel mehr Verständnis für die Reaktionen der anderen haben. Denn wir wissen ja, dass diese Reaktionen mit uns nichts zu tun haben, sondern mit dem inneren Zustand des anderen. Und dass der andere in dem Sinn auch gar nichts dafür kann, wie er reagiert, sondern der Körper übernimmt. Und was wir in diesen Momenten dann aber nicht tun sollten, ist, dem anderen immer zu erzählen, was da jetzt in ihm abläuft. Also dem anderen immer aufzuklären, was da jetzt in ihm getriggert wurde und was er tun kann, um dem nicht mehr ausgeliefert zu sein. Also wir können unsere Erkenntnisse und Einsichten natürlich mit den Menschen teilen, die wir lieben. Aber wir sollten uns jetzt nicht in der Verantwortung fühlen, die anderen in ihrer Heilung und Entwicklung zu beeinflussen. Das machen wir ja sowieso, wenn wir uns heilen. Also meiner Erfahrung nach ist der harmonischste Weg in der Beziehung zu den anderen Menschen, sich um sich selber und die eigene Heilung zu kümmern und die Reaktionen der anderen nicht mehr so schwer zu nehmen und dann aber selber nicht mehr so reagieren zu müssen. Denn je mehr wir uns selber heilen, desto entspannter und gelassener werden wir ja und müssen uns auf dieses Wechselspiel von Angriff und Verteidigung gar nicht mehr einlassen. Und wenn einer da nicht mehr mitmacht, dann funktioniert dieses Spiel nicht mehr. Also die Trigger sind eine Sache, mit der wir in unseren Beziehungen konfrontiert werden. Und wir erkennen sie daran, wenn wir in den Überlebensmonus switchen. Es gibt aber auch noch Schattenanteile, mit denen wir in unserer Beziehung konfrontiert werden. Und diese erkennen wir, wenn uns etwas eher nervt, als dass es uns Angst macht. Was sind Schattenanteile eigentlich? Schattenanteile sind die Anteile von uns, die wir tief in den Keller unseres Unterbewusstseins verdrängt haben, weil wir damit vor allem in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass es für uns, wenn wir diese Anteile leben, nicht sicher ist. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass wenn wir selbst als Kind so waren oder Menschen in unserem nahen Umfeld so waren und wir das beobachtet haben, als sie diese Aspekte mal gelebt haben und es eben dann negative Konsequenzen gab, die uns selber sehr verletzt haben oder bei der Beobachtung von anderen sehr schockiert haben. Und dies hat uns glauben lassen, dass es gefährlich ist, diese Anteile zu leben. Und das können im Prinzip alle Anteile sein, die wir in uns haben. Also nicht nur die sogenannten bösen Anteile in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Wut, Aggression, Gier, Neid oder Hass, sondern eben auch gute Anteile in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Freude, Reichtum, Liebe und Hingabe. Wenn wir als Kind eine schlechte Erfahrung beim Ausleben dieser Anteile gemacht haben oder wenn wir das beobachtet haben, wie die Menschen in unserem Umfeld diese Anteile ausgelebt haben und es dann eine Konsequenz gab, die uns verletzt hat oder schockiert hat oder Angst gemacht hat, dann sind diese Anteile gefährlich für uns geworden und wir haben angefangen, diese zu verdrängen. Und diese Anteile sind dann eben auch oft mit Gefühlen wie zum Beispiel Scham, Schuld oder einem schlechten Gewissen verknüpft, wenn wir sie plötzlich leben würden. Also wir verdrängen es zum Beispiel, gierig zu sein oder etwas haben zu wollen und fühlen uns, wenn wir das sind, dann schuldig für dieses Gefühl und schämen uns dann für uns selber, wenn dieses Gefühl dann mal in uns hochkommen würde und dann wird es gleich wieder von uns verdrängt. Und zeigen tun sich diese Schattenanteile dann eben häufig im Kontakt mit anderen Menschen. Also der andere lebt dann eigentlich den Anteil aus, den wir verdrängt haben und das nervt uns, das macht uns wütend, das löst etwas in uns aus. Beispiele für Schattenaspekte sind zum Beispiel, wenn uns eben unser Partner nervt mit seiner Faulheit oder Unordnung. Wenn wir uns von unserer Freundin in den Schatten gestellt fühlen, weil sie zum Beispiel schöner, lustiger, klüger und besser ist als wir. Oder unser Arbeitskollege nervt uns mit seiner ständigen guten Laune, seiner Spontanität, seinem Mittelpunktstreben, seiner Wichtigtuerei oder Besserwisserei. Also wir werden eben im Kontakt mit den anderen Menschen mit unseren Schattenanteilen konfrontiert, auch wenn wir das nicht wahrhaben möchten oder nicht einsehen möchten. Denn diese Anteile sind oft so sehr in uns verdrängt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das eigentlich etwas ist, was auch in uns ist. Und wie lassen sich denn diese Schattenanteile nun in uns integrieren, sodass wir damit eben nicht mehr im Außen konfrontiert werden? Und hier ist es eben zuerst einmal wichtig zu erkennen, dass wir als spirituelles Wesen in einer menschlichen Erfahrung alles sein können. Also jeder von uns kann alles sein, aber jeder von uns ist eben ganz unterschiedlich aufgestellt, was seine verdrängten Anteile betrifft. Das heißt, jeder von uns hat alle Aspekte in sich. Liebe, Freude, Begeisterung, Frieden, Erfüllung, Reichtum, Humor. Genauso wie Hass, Neid, Traurigkeit, Wut, Egoismus, Faulheit und so weiter. Und die Frage ist nur, was davon erlaube ich mir zu leben und was nicht. Was davon macht mir vielleicht sogar Angst und wirkt gefährlich auf mich. In Wahrheit ist nichts davon böse oder schlecht. Also egal, um welchen Anteil es sich handelt, nichts davon ist wirklich böse oder schlecht. Sei es Aggression, Hass, Wut, Neid, Machtstreben, Gier, was auch immer. Nichts davon ist wirklich böse. Und was die andere Seite betrifft, ist es natürlich ganz genauso. Wie zum Beispiel Ausstrahlung, Schönheit, Würde, Freude, Leichtigkeit, Optimismus. Nichts davon ist böse oder gut, sondern alles davon ist einfach nur Energie. Das, was es gut oder böse macht, ist unser Umgang damit und unser Verhalten. Und gerade wenn wir etwas sehr verdrängen, dann hat das eben Macht über uns und kommt auf irgendeine Weise immer ans Licht. Sei es, dass es uns von den anderen Menschen gespiegelt wird oder dass es in uns selbst in schwachen Momenten, wenn wir diese Verdrängung nicht mehr aufrecht erhalten können, nach oben kocht. Also wie ein Vulkan. Es bricht dann einfach aus und wir sind plötzlich, obwohl wir normalerweise der friedlichste Mensch dieser Erde sind, aggressiv oder ein Hass kommt in uns hoch, obwohl wir eigentlich sonst der liebste Mensch sind. Also diese Schatten kommen immer irgendwie hoch, weil sie eben Anteile von uns sind und weil es unsere Aufgabe ist, sie in uns zu integrieren. Und integrieren können wir sie, wenn wir einfach akzeptieren, dass wir alles sind. Und wenn wir auf einer tieferen Ebene Frieden damit geschlossen haben, dass wir alles sind. Also das reicht nicht vom Verstand her jetzt zu sagen, okay, ich akzeptiere es, dass ich das alles bin, sondern das muss schon tiefer in uns sickern. Aber der erste Schritt ist in dem Sinn halt einfach, dass ich weiß, dass ich alles bin. Also, dass ich mir das ins Bewusstsein einhole. Und wenn ich alles, was ich bin, in Liebe in mir integrieren möchte, dann sickert das automatisch mit der Zeit immer tiefer in mich hinein, wenn ich anfange danach zu leben. Und um jetzt noch ein bisschen tiefer in die Praxis einzusteigen, wie wir damit umgehen können, wenn wir eben im Außen sehr mit unseren Schattenanteilen konfrontiert werden, möchte ich ganz gerne auf eine Frage eingehen, die ich vor kurzem bekommen habe. Denn daran lässt es sich auch noch mal ganz deutlich erklären. Denn wenn wir unsere Schatten im Außen erkennen, geht es jetzt nicht darum, uns alles gefallen zu lassen. Also, wenn jetzt ein Mensch uns zum Beispiel aggressiv begegnet und er uns sozusagen unsere innere Aggression damit spiegelt, dann bedeutet das jetzt nicht, dass ich die Sache in dem Sinn lösen muss, dass ich in mir Frieden erschaffe und die andere Person, die mit mir zu tun hat, sich alles erlauben kann. Sondern wir leben hier in einer Welt der Beziehungen und wir können vieles mit uns alleine ausmachen, was ich bei den Triggern zum Beispiel empfehlen würde. Aber wenn es um Schatten geht, da brauchen wir auch unser Gegenüber, um das Ganze lösen zu können. Und hierfür möchte ich jetzt ganz gerne mal die Frage vorlesen, die ich vor kurzem eben bekommen habe. Und dann kann ich da noch mal tiefer darauf eingehen. Liebe Andrea, man sagt ja immer, Trigger dienen einem als Spiegel. Doch ich weiß wirklich nicht, was mir das in diesem Fall spiegeln sollte. Es handelt sich um einen sehr extrovertierten Menschen, der mir als eher introvertierter Mensch einfach zu viel ist. Zu viel Energie, zu viel reden, sogar zu viel Positivität. Da wir zusammenarbeiten, fühle ich mich häufig davon genervt, denke aber immer, dass ich der Person damit Unrecht tue. Ich fühle mich damit nicht gut. Also eine Frage, die du dir auf jeden Fall immer stellen kannst, wenn du deine Beziehungen entspannter erleben möchtest, ist, was dich momentan in der Beziehung stört, womit du konfrontiert wirst. Und in diesem Beispiel wird der Mensch damit konfrontiert, dass er einen anderen Menschen als zu viel wahrnimmt. Das heißt, der Schatten, der hier ans Licht möchte, ist, dich selbst mehr zu leben, wie auch immer das aussieht. Mehr von dem, was du alles bist. Mehr von der Energie, die du im Leben spüren und erfahren möchtest. Mehr von dem, was alles in dir steckt und darauf wartet, von dir gelebt zu werden. Gerade wenn es sich um positive Aspekte handelt. Vorhin haben wir ja schon gesagt, dass es keine guten und schlechten gibt. Aber doch gibt es Aspekte, die eher positiv oder auch negativ besetzt sind. Und positiv besetzt ist ja eigentlich viel Energie zu haben. Positiv zu sein. Gerade wenn es sich um diese positiven Aspekte handelt, die ein Mensch uns sozusagen vorlebt und wir uns davon aber genervt fühlen, dann hängt das oft damit zusammen, dass wir in Wahrheit eigentlich auch mehr davon leben würden. Unser Ego sagt dann zwar, auf keinen Fall möchte ich so sein, aber wenn wir mal ganz ehrlich in uns hineinspüren, dann wird uns bewusst, dass wir schon gerne mehr leben und sein würden, als wir es momentan tun. Also ich würde fast mal behaupten, dass jeder von uns viel weniger lebt, als es für uns möglich wäre und als es unsere Seele über uns erfahren möchte. Wir sind da alle sehr reduziert, weil wir eben so geprägt sind. In Wahrheit möchte unsere Seele so viel über uns leben, wie möglich ist. Aber das können wir oft durch unsere Schranken, in denen wir stecken, gar nicht erkennen und lehnen dann das auch oft ab und verdrängen das. Aber wenn wir hier wirklich mal ganz ehrlich in uns hineinspüren, dann ist da in uns noch so viel mehr, was gelebt werden möchte. Und je mehr wir uns selber mögen, je näher wir uns selber kommen, desto klarer wird uns das. Je mehr wir es lieben, hier auf der Erde zu sein und zu leben. Je mehr wir das Leben wertschätzen, desto mehr möchten wir auch von uns leben. Wenn es sich dagegen um böse Aspekte handelt, also diese Aspekte, die wir als negativ bewerten und sie verdrängen, dann ist es nicht so, dass wir hier in Wahrheit auch so sein möchten oder mehr davon leben möchten, sondern hier geht es eher darum, Frieden mit dem zu schließen, wie das Leben ist und was alles zum Leben dazugehört. Denn das Leben ist nun mal nicht nur Licht und Liebe, sondern kann auch unglaublich grausam sein. Und um hier ein angenehmes Leben erfahren zu können, ist es aber eben auch mal wichtig, genau diese Aspekte, die wir selbst negativ bewerten, zu leben. Wie zum Beispiel egoistisch zu sein, sich durchzusetzen, für etwas zu kämpfen, Grenzen zu setzen, uns zu schützen, auch mal laut zu werden, umgehört zu werden. Also wenn wir mit unseren Schattenaspekten konfrontiert werden, dann geht es eben nicht nur immer darum, diese Aspekte in uns zu integrieren, sondern auch darum, Grenzen gegenüber dem Menschen zu setzen, der uns mit seinem Verhalten nervt, weil er uns damit zum Beispiel zu nahe kommt. Denn nur weil uns jemand unsere Schattenanteile zeigt, heißt das noch lange nicht, dass wir uns alles gefallen lassen oder über uns ergehen lassen müssen. Manchmal übertritt der Mensch, der uns nervt und uns unseren Schattenaspekt zeigt, nämlich auch unsere Grenze und fordert uns damit auf, uns zu behaupten und zu uns zu stehen. Gerade die Situationen, bei denen wir mit Stillschweigen und Nichtstun und viel Arbeit an uns selbst nicht weiterkommen, fordern uns dazu auf, unser menschliches Potenzial zu entfalten. Wenn es um Potenzialentfaltung geht, dann denken wir oft an die Seele und wie wir noch mehr lieben können, noch mehr inneren Frieden oder sogar Erleuchtung erfahren können. Oder wir denken dabei an unsere Talente und Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt. Doch zu Potenzialentfaltung gehört eben auch unser menschliches Potenzial. Wie zum Beispiel Raum in unserem Leben einzunehmen, Konflikte konstruktiv zu lösen, uns durchzusetzen, jemanden, der uns zu nahe tritt, in seine Schranken zu weisen. Und je sicherer du in dir selbst bist, je mehr du es lieben kannst, du zu sein, je mehr du auf deine eigenen Bedürfnisse achtest und deine Werte aktiv lebst, je mehr du von dir selbst lebst und dich mit allem, was du bist, annehmen kannst, desto leichter wird es dir auch fallen, die anderen so nehmen zu können, wie sie sind und, wenn nötig, eben auch etwas anzusprechen, was dir unangenehm ist und eine Grenze zu ziehen. Weil du genau damit mehr Gewicht in dein Leben bringst, dich also selbst größer machst, mehr Raum einnimmst und einfach mehr da bist. Je mehr du hier bist mit allem, was du bist und das können wir, wenn wir uns annehmen, so wie wir sind. Je mehr wir uns annehmen, desto mehr sind wir sozusagen präsent. Und desto präsenter wir sind, desto weniger haben wir ein Problem, damit unbequeme Dinge anzusprechen. Und desto weniger stört uns auch an den anderen. Weil wenn wir einmal alles in uns integriert haben, dann können wir die anderen auch mehr so annehmen, wie sie sind und es löst nichts mehr in uns aus. Also es nervt uns dann gar nicht mehr so, wie die andere Person ist. Wir haben oft so eine große Angst, jemandem unsere Bedürfnisse mitzuteilen oder jemandem zu sagen, was wir nicht möchten, dass wir die ganze Zeit versuchen, mit etwas klarzukommen, was wir nicht möchten. Natürlich ist es gut und wichtig, die Dinge selbst bei uns zu lösen. Aber manchmal reicht das eben nicht, um einen zwischenmenschlichen Konflikt zu lösen, weil zur Lösung beides dazugehört. Beide Menschen und beide Seiten des jeweiligen Menschen. Licht und Schatten, Mensch und Seele, das Leben und der Spirit in uns. Und gerade die Menschen, die gute Menschen sein möchten, die harmonisch und in Frieden mit den anderen Menschen zusammenleben möchten, fällt es oft besonders schwer, zu den menschlichen Bedürfnissen, die jeder von uns hat, zu stehen. Aber das gilt es dann eben auch zu lernen, wenn wir in Frieden und Harmonie leben möchten. Denn manchmal braucht es einfach eine klare Ansage oder eine radikale Abgrenzung, um die Harmonie wiederherzustellen. Und letzten Endes sind wir doch auch nur so konfliktscheu. Ich bin das übrigens auch lange, lange gewesen, weil wir Angst vor Zurückweisung und Ablehnung haben. Wir möchten den anderen nicht verletzen, weil wir unsere Beziehung mit diesen Menschen nicht gefährden möchten. Das machen wir aber eigentlich, wenn wir zu lange etwas dulden, was wir nicht möchten, wenn wir zu oft und lange unsere Grenzen überschreiten lassen und zu oft Ja sagen, obwohl wir Nein sagen möchten. Denn genau damit sind wir doch gar nicht in einer ehrlichen Beziehung mit den Menschen. Mehr Tiefe und Nähe bekommen unsere Beziehungen vor allem dann, wenn wir eben lernen zu sagen, was uns wichtig ist und unsere Grenzen auch wirklich aktiv zu setzen. Denn nur damit zeigen wir doch dem anderen erst, wer wir wirklich sind. Und das schafft Vertrauen. Und meiner Erfahrung nach kann ich wirklich sagen, dass gerade dann, wenn ich mich getraut habe, etwas Unangenehmes anzusprechen, ich näher mit diesen Menschen zusammengerückt bin und unsere Beziehung mehr Tiefe gewonnen hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier den Mut zu haben, etwas anzusprechen, was einen stört, was man nicht selber mit sich alleine lösen kann. Und hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Und wenn uns dieser Mensch auch zugewandt ist, dann möchte er ja auch eine Lösung finden. Denn wir denken oft, die anderen merken nicht, was in uns vorgeht. Aber die anderen spüren viel mehr, als wir selber denken. Die anderen spüren meistens auch genau das, was wirklich in uns vorgeht. Und versuchen dann selber durch ihre Art auch wieder nur für Harmonie zu sorgen oder sich zu schützen. Also trau dich, die Dinge anzusprechen und integriere die Schattenanteile. Schenke dir Liebe und Mitgefühl, wenn du getriggert worden bist. Und den anderen Menschen natürlich auch, wenn sie sich von dir getriggert fühlen. Und du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, deine Beziehungen entspannter, tiefer und näher zu erleben. In diesem Sinn lasse ich es jetzt heute gut sein. Ich hoffe, du hast aus dieser Podcast-Folge wieder ein paar Erkenntnisse für dich mitnehmen können. Und ich freue mich riesig über dein Feedback. Vielen herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, komme sehr gerne auf mich zu. Und wenn du magst, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea für dich mitnehmen. Die Liebe in mir. Und du hast dich, dass du zugehört hast. Und du musst du wasst, fest, dass du zugehört hast. Und du bist du viel. Und du bist du bist. Und du bist du bist. Und du bist dein Leben. Und du bist du unbefassbar-Folge. Und du bist soig. Und du bist der Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.